Leute, was geht? Wir spielen ein neues Game, Battle Crush. Da ist gerade die Beta draußen. Wir müssen jetzt hier unseren Charakter auswählen. Wir spielen zusammen mit Max. Wir haben anscheinend einfach einen Random-Mate bekommen. Könnt ihr auf dem Handy spielen oder auch auf dem PC. Wir müssen jetzt den Starting-Point auswählen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Ja, lasst euch gerne einen Like-Abo da. Okay, Kisten aufwachen. Matra, wo bist du? Wo bist du? Ich mach die Kiste auf. Matra? Ich mach die Kiste auf. Matra? Hast du Damage gemacht? Ja, glaub ich. Okay, das war gut. Lass looten. Lass looten. Oh mein... Oh, was ist? Ich bin runtergefallenes Wasser. Musst du nicht, dass das eine Option ist. Es gibt da Schuhe, Brustpanzer und all sowas. Weißt du? Aufheilung ist hier. Was ist das hier? Sehr gut. Slash, Flash. Oh, die ist aufgebraucht dann. Ja, die ist weg. Sehr gut gemacht. Oh, da unten, 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 unten. Lass ihn töten. Ich hab drei Schüsse mit ihm. Der spielt... Ich hab mich daneben geschossen. Aber der letzte Stunt immer fett. Was macht mein Rechtsklick? Oh, ich werde attack. Wir sind hier irgendwo. Pass auf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, hallo? Mein Gott, töte sie schnell. Ja! Hä? Wie gut? Digga, ich hab alles getroffen. Hier kommt was noch drauf. Ich mach mich mal unsichtbar und geh rein. Ich glaub, ich kann Leute assassinieren so mäßig. Oh, da ist wer drin. Wurde genutzt. Die haben sich im Busch versteckt, Alter. Ja, du musst auch hinüber. Ja, wir sind zu zweit halt in den Nachteilen, ne? Ja, aber lag es daran? Wer weiß? Lag es daran? Wer weiß? Lag es daran? Wer weiß? Die hatten ein Schwert, was ihr 90% Damage extra gibt. Wir haben mal 0 gelootet. Wir können auch, du kannst auch ein 1 gegen 3 gewinnen. Ja, dann lass doch was jetzt machen. Ich hab da jetzt über Bock drauf. Also, die harmonieren ja übertrieben nicht unsere Charaktere. Das stimmt. Null. Also, ich muss Leute auf Distanz halten und Damage machen. Ja. Mach eine Ulti, die aber ganz lange aufladen muss auf einen Ort. Und du kickst ja aus der Ulti raus. Also, das war ja wirklich ein Alpsraum. Hast du vollkommen recht. Vielleicht soll ich auch King Arthur spielen einfach. King Arthur sieht auch verrückt aus, tatsächlich. Warum könnte jeder Tag Tag des Contents? Ne, gestern war nicht Tag des Contents. Gestern war Tag der Zockung. Heute ist Tag des Contents. Wichtiger Unterschied. Ja, Zeri ist einfach ein Dino, glaube ich. Es gibt hier viele magische Gestalten, die gegeneinander kämpfen. Und dann gibt's Zeri, der ist einfach nur Dinosaurier. So, Poseidon kann halt mit Wasser schießen. Ich kann mich unsicher machen. Leute asassionieren. King Arthur ist ein Giga-Tank. Und du bist ein Waldelf. Und er ist einfach ein Dinosaurier. Jeder hat so seine Perks. Boah, lass dich ein bisschen rausmoven. Nein, wir müssen doch um den Loot fighten, Max. Komm rein da jetzt. Was ist die Hölle los? Aber ja, okay. Die will den Want of Enormous Mana haben. Die will den, ja, ja, komm. Hol den, hol den dir. Ja! Hab was. Die habe ich vernichtet. Okay, komm zurück, komm zurück. Da war noch mehr. Wir müssen rein, die Zone kommt, die Zone kommt. Oh mein Gott, wir wollten die Zone reingeballert. Oh, die hat uns beide getötet? Die ist krank. Ich bin beduselt. Ja, nächstes. Das kriegen wir hin, nächste Runde. Ich bin schon bei dieser Runde schon besser geworden. Bro, die spielen das Game schon seit gestern. Wird das seit gestern spielen, würde ich auch 1 gegen 3 gewinnen. Ich hätte hier, lass wieder den, lass das Schwert jetzt mal holen für mich. So dumm, Romatra. Bro, wenn wir die Waffen haben, dann ist es doch viel, viel besser. Du willst jetzt nicht, du willst das Kämpfen jetzt wieder raushalten. Wirst du das eben in jedem Early Game sterben? Nein. Guck mal, das hat auch schon mal funktioniert. Okay, vielleicht macht das, funktioniert das doch nicht. Ich muss wegrennen, ne? Ich glaube, ich muss hier raus. Ist du auch tot? Digga, ich weiß nicht, was... Okay, nächstes Mal spawnen wir da, wo du willst. Weißt du was? Komm. Ja, und jetzt sollst du dir noch eine halbe Stunde rum, oder was? So schnell sind wir da, dann dauert auch ein Game gar nicht. Wir nehmen einen Assassin und einen Range Attacker und spawnen in den Nahkampf mit 15 Leuten. Wollt wir nicht das einen Fight mal gewinnen? Raus hier, raus hier, raus hier. Max, wir können nicht so kacke sein. Können wir, gibt es den Practice Mode, dass wir einmal üben können? Wollen wir die einfach rein? Wir üben mal besser, wenn wir spielen. Echt? Wir sind schon echt weggestorben. Ja, ja, aber so funktioniert halt Games, Max. Du spielst hier und dann verlierst du und dann lernst du aus deinen Fehlern, wirst du besser. Lass mal jetzt einen Win machen, bitte. Wo willst du hin? Garden. Okay, weißt du was? Wir gehen jetzt nicht auf den Garden. Wo ist denn unser Random? Wo geht der denn hin? Der will außerhalb der Maps bauen, oder was? Willst du die jetzt fighten? Da, bei dir. Wo bist du denn? Ich bin bei dir. Weißt du was? Ich bin mal gespannt, wie das so läuft jetzt. Das macht mich unsichtbar und geht da mal rein. Oh mein Gott. Die ist weggekommen. Lass auf, lass zu zweit auf. Ja, ja. What the fuck? Was hat er mit dir gemacht? Kommt noch ein Random, der hilft wenigstens mit. Wieso holen sie jetzt alle mit 2 gegen 1, Alter? Du bist 2 mal runtergehauen. Seid ihr willkommen? Weiß ich nicht. Weiß ich Soul Stone jetzt? Weiß ich Soul Stone. Ich will dich wiederholen da oben jetzt? Oh, da war jemand mit Low Life neben dir. Oh, da ist der Typ, der uns getötet hat. Du hast ihn bekommen. Schön abgedauern. Oh, oh. Gut, direkt nachher gut. Unter Luftangriff. Ich drücke immer die falschen Tasten leider. Darum sind die falschen Tasten. Ich bin tot. Ich drücke immer Q aus irgendeinem Grund, obwohl ich er drücken will. Es ist, weil ich das Game zur Zeit immer spiele gerade, okay? Die Arschritze, du bist schlimm doch gar nicht, hä? Die haben alle Hops genommen und dann sind die halt weggerannt. Jetzt sind wir ein Team. Jetzt haben wir es. Ein Tank, ein Rage und ein Assassin. Das sind nur zwei Gegner. Ne, drei Gegner. Drei Gegner, feiten wir die trotzdem direkt, ja, oder? Ja, ja, die feiten wir, die feiten wir. Die kommen auf mich, die kommen auf mich. Hilfe, helft mir mal. Okay, gut, gut, gut. Das müssen wir jetzt gewinnen einmal, komm. Die greifen mich an. Turbo. Greifen mich hart an. So, wir haben einen, zwei Mal tot. Haben wir alle? Nein, nein, hier lebt noch eine. Die looted, die looted, die looted. Die müssen wir töten. Die hat alles Loot bekommen, leider. Die hat noch mehr Loot bekommen. Die muss sterben. Die hat eine Kiste aufgemacht, hat fünf Längen in ihre Sachen bekommen. Und kommt jetzt davon. Das ist ja so ein Schwachsinn. Das bringt nichts, Martha. Jetzt werden die Gitarreingelaufen. Ja, ich bin tot. Also, wie gierig und schlecht. Ja. Bro, das kann nämlich... Du schießt hier über die gesamte Map. Egal, fuck die wenigstens auch noch ein bisschen ab. Bin bamboozelt. Ja, du bist bamboozelt. Und du wurdest in die Lobby geschickt. Digga, was macht Martha? Der kennt einfach jetzt zehn Leute. Ja, ich weiß auch nicht, Martha. Also, das ist ja... Du bist einfach ein Battle Royale Genie. Du bist ein... Du bist... Du bist krank eigentlich. Komm jetzt leise sein und nächste Runde kommt. Du musst Range spielen. Hast du jetzt einen Range? Ich habe weiterhin den Assassin genommen. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast Züngst eingeladen in die... Der Moment, wo du Züngst in die Lobby eingeladen hast, hast du unseren Untergang besiegelt. Das ist dir klar, ne? Es ist jetzt ein Gegner wieder dazwischen. Den töten wir jetzt. Verstehst du? Wir sind zwei Gegner. Ja, aber die töten wir. Die sind zu zweit. Okay. Wir können sich hier ein Ding ins Verstecken, ne? Jetzt hat Züngst ernsthaft das lilane Schwert eingesammelt. Der sabotiert uns. Das ist dir bewusst, ne? Du bist tot, Romatra. Was? Du trollst, Romatra. Was? Ich dachte, ich kann da rüberspringen. Ich hätte das dann bekommen. Züngst, wir müssen hier raus. Du hast ihn einfach verkauft. Züngst, du bist tot. Du bist tot. Oh. Züngst lebt noch. Der macht das. Also, Romatra hat das einfach am Anfang in den Map runtergesprungen. Das habe ich nicht verstanden. Da war eine Kiste. Die wollte ich lupen. Der Signature-Move von dem Game, dass es keine Zone gibt, sondern dass die Insel zusammenbricht nach uns. Oh, ich lebe wieder. Weil Züngst, der Einzige ist, der von uns hier richtig spielt. Das ist eigentlich ein Knall, der hat wieder Züngst ausnutzt. So, danke Züngst. Jetzt kann man hier mal anfangen zu spielen vernünftig. So, die ist schon mal tot. Einer weniger. Ja, und mit Healer ist natürlich schon mal krasser, ne? Auflässig hochheilen. Alles easy. Digga, du willst am Anfang einfach Out of Map zu spielen, absichtlich. Guck mal, du lebst wieder drin. Ich bin drin. Drei Teams noch drin. Hier war einer, oder? Nee doch. Oh, die shit. Lass du in den Busch bleiben, oder? Ja. Bum. Ist die tot? Kann nicht sein, dass die Schlange immer noch lebt. Was? Ich hab die Damage reingeknippelt. Oh, Züngst, heilt so hoch. Züngst ist krank. Also, Healer ist ja mega, Meta. Hier kommt was. Tot. Final Battle. Jungs, die Schlange lebt das. Das ist die nervig. Weil die peiten kann. Ja, ist egal, ist egal. Züngst, Züngst, verkraft sie. Ich warte einfach, und bei den Ultian töd ich sie. Gleich hab ich sie. Bam, so. Oh, mein Gott. Züngst hat's gemacht. Züngst hat's gemacht, Alter. Du hast in der Runde noch Zynx geflamed. Junge, 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 Junge. Du hast in der Runde Zynx geflamed. Freya, perfect team win. Der hat das Game alleine gewonnen mit Freya. Junge. Heilige Scheiße. Sack, Alter. Boom. Das gibt doch auch mal XP jetzt. Hier. Zieh hoch, bitte. Zieh hoch, zieh hoch. Hebel. 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 Zevit. ete. hoch. hoch. Gold. Bis zum nächsten Mal.